So, hi und hallo mal wieder. Heute präsentiere ich euch das neue YPS-Heft. Ist wieder da. Ausgabe 1. Mit einem Eierbaum. Passend zu Ostern. Und was dort jetzt drinnen steckt, das schauen wir uns natürlich jetzt an. Dann werde ich das mal öffnen. Viele kennen das Heft ja noch aus ihrer Jugend. Und es war ja immer ein Highlight. Hier ist der Eierbaum. Mit Samen und Rasen. Das ist das eigentliche Heft. Mit einem lustigen Taschenbuch. Sonderausgabe. Und dann natürlich die ganz normale YPS-Zeitschrift. Tarzan Comic da drin. Lucky Luke. Alles was man kennt von früher. Spiele-Test. Der Millennium-Falter. Aufgelistet. Reportagen. Ereignisse. Und, und, und. Also. Wie immer eine schöne Sache. YPS ist wieder da. Wollen wir mal warten, wie es weiter geht. Und wie immer. Guckt hin und schaut zu. Und wie immer. Jinctle. Und. Jetzt.